Gute Gebrauchte liegen hoch im Kurs. Das seit Jahren steigende Durchschnittsalter der hierzulande zugelassenen Automobile ist ein klarer Beleg für die hohe Wertheitigkeit und Langlebigkeit moderner Fahrzeuge. Auch beim Gebrauchtwagenkauf ist der Kfz-Meisterbetrieb immer die erste Wahl. Rund 12.000 Händlerbetriebe mit dem Vertrauenssiegel Gebrauchtwagen mit Qualität und Sicherheit bieten stets geprüfte Fahrzeuge mit Garantie an. Diese Fahrzeuge sind auf Herz und Nieren geprüft und die Meisterbetriebe bieten ein Jahr Garantie auf Sachmängel. Kein Wunder, dass bereits sechs von zehn Käufern ihren Gebrauchten beim Meisterbetrieb erwerben. Gehen Sie beim Kauf Ihres Gebrauchten in einen Kfz-Meisterbetrieb. So gehen Sie kein Risiko ein. Im Vergleich zum Kauf von Privat erhalten Sie hier ein Fahrzeug, das komplett durchgecheckt ist und aufbereitet. Zudem bekommen Sie ein Jahr Garantie. Sie haben sogar die Möglichkeit, in Abhängigkeit von der Laufleistung und dem Alter des Fahrzeuges eine gebrauchtbare Anschlussgarantie zu erwerben. Diese schafft Ihnen dann eine Sicherheit über entsprechende Materialkosten oder Arbeitskosten, die anfallen im Falle eines Schadens. Oftmals handelt es sich bei den Angeboten des Händlers um Inzahlungnahmen von Kundenfahrzeugen. Diese Autos sind dem Händler bekannt und die Werkstatt kann die Fahrzeughistorie lückenlos belegen. Viele Betriebe bieten auch junge Gebrauchte aus Leasingrücknahmen oder Werkswagen an. Diese Fahrzeuge sind stets scheckheftgepflegt und verfügen über eine umfangreiche Ausstattung. Hier können Sie gegenüber einem Neuwagen viel Geld sparen und erhalten ein Fahrzeug mit kompletter Komfort- und Sicherheitsausstattung. Selbstverständlich können Sie im Kfz-Meisterbetrieb auch eine Probefahrt unternehmen, um sich mit allen Details des Fahrzeugs vertraut zu machen. Eine Probefahrt gehört beim Gebrauchtwagenkauf in einem Kfz-Meisterbetrieb selbstverständlich immer dazu. Der Vorteil ist, wenn Sie zurückkommen von der ersten Probefahrt und feststellen, das Auto war doch noch nicht ganz so meins, ich möchte von der Sitzposition was anderes oder der Motor sagt mir nicht zu, dann können Sie auf eine weitere Auswahl auf dem Gebrauchtwagenplatz zugreifen und so doch noch Ihr Traumfahrzeug erfahren. Übrigens, wer einen Gebrauchtwagen im Auge hat, schaut in der Regel zuerst ins Internet. Ein Drittel der Käufe werden auf diese Weise getätigt. Umso wichtiger ist es, Kunden vor unseriösen Angeboten zu schützen. ZDK, Wettbewerbszentrale ADAC und die beiden Internetbörsen Autoscout24 und mobile.de haben deshalb im Kodex für den Fahrzeughandel im Internet Spielregeln festgelegt. Für die Händler gibt es eine umfangreiche Impressumpflicht mit Namen, Anschrift, Mail, Telefon, Geschäftssitz, Unternehmensform sowie sämtlichen Registern und Identnummern. Die Anzeigen müssen brutto Endpreise sowie wahrheitsgemäß alle Daten zum Fahrzeug, wie Kilometerstand, Unfallschäden und das Datum der Erstzulassung enthalten. Und kommt es doch einmal zum Streit zwischen Kunden und Händlern, schlichten Schiedsstellen im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Schnell und kostenlos. Ein weiterer Vorteil des Kfz-Meisterbetriebs. Wenn das ursprüngliche Wunschfahrzeug nicht den Vorstellungen entspricht, hat Ihr Meister in der Regel noch andere Autos im Angebot, die vielleicht besser zu Ihnen passen. Diese Alternativen und die fachliche Beratung kann kein Privatverkäufer bieten. Nur im Kfz-Meisterbetrieb gibt es Gebrauchtwagen mit Qualität und Sicherheit. Das beweist auch der aktuelle DAT-Report. Beim Kauf von Privat liegt das Reparaturrisiko deutlich höher. Die durchschnittlichen Reparaturkosten sind etwa dreimal höher. Selbstverständlich erhalten Sie in Ihrem Meisterbetrieb alle zum Fahrzeug gehörenden Unterlagen, wie Scheckheft, Betriebsanleitung und ein Garantiezertifikat. Gehen Sie daher auch beim Gebrauchtwagenkauf auf Nummer sicher mit Fahrzeugen aus Ihrem Kfz-Meisterbetrieb. Den Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.kfzmeisterfinden.de oder mit dem Autofahrer-App Kfz-Mobil.